Hi Leute, desano hier. Ich habe hier das Gameplay von der Fahndung hochgeladen, von der Bantam-Fahndung. Und das Bild, was ich darin benutzt habe, von 0 auf 100 Rüstung in knappe 6 Sekunden. Das zeige ich euch hier. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut doch mal mir auf Twitch vorbei. Und kommt gerne auch in den Discord für coole Leute, egal für welche Games. Und Abfahrt. Reinforcements incoming. Abfahrt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, auch eine meiner Favorites. Die Carbine 7 könnt ihr auch nehmen. Die habe ich in dem Builds, wo ich auch gespielt habe. Da hatte ich hier auch umgewürfelt. Geht beides absolut klar, was ihr wollt. Die Vermast, die ich sehr, sehr gerne spiele. Das geht leider nicht. Also geht schon. Könnt ihr aber dann den Impulse Laser Pointer nicht benutzen, weil die lässt sich leider nicht auf die Vermast draufschrauben. So, ansonsten. Zweit- und Drittwaffe sind eigentlich vollkommen wurscht. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Und ja, ich habe halt geguckt, dass ich so ungefähr auf gute Crit-Chance und Schadenwerte komme. Zu den Werten kommen wir auch jetzt. Was ihr hier seht, wir sind bei glatten 50% Chance auf kritische Treffer, was absolut okay ist. Sollte da Minimum sein, ich sollte nicht auf den Knopf kommen. 81% Schaden durch kritische Treffer. Ein bisschen nehmen wir mit. Der Haupt-Damage kommt eh von Todeskandidaten und Stürmer Stack. Den Rest seht ihr hier. So, und zum Schluss würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz runter. So, unten am Skistand schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ihr seht, dass wir, es war klar, wir verlieren durch das fehlende offensive Brusttalent. Verlieren wir halt ein bisschen was an Damage. Aber der Schaden ist trotzdem noch mehr als ausreichend. Allein, weil es Stürmerbild an und sich sehr, sehr stark ist. Also, das ist echt nice. Das geht voll klar. Und halt, warum sind wir hier? Wegen der Selbstheilung. Circa 6 Sekunden. So, ne? Na, ich weiß nicht, genau 6 Sekunden. Aber so ungefähr 6 Sekunden. Ja, achtet drauf. Und wir sind voll. Die Heilung ist halt wirklich echt nice. Also, da gibt es nichts. Man muss halt, wie gesagt, aufpassen, wenn man ein bisschen schnell am Laufen ist. Und sich dann heilt, weil die Drohne muss erst mal ein bisschen hinterher kommen und anfangen zu heilen. Das Ganze wird besser, wenn man nicht läuft. Also, wenn man nur nochmal rennt. Oder halt, wie gesagt, ne? Wir hatten es mit dem Schild, das Ganze macht, wenn man Schaden bekommt. Hinter dem Schild ein bisschen versteckt, die Drohne ihre Arbeit leistet und man selbst noch gut Damage raushaut. Da sind die Stacks natürlich weg. So, aber Leute, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Haut mal in die Kommentare. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. 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 Bye.